Holerö dödö, liebe Freunde, zurück bei Golden Sun. Wir haben aufgehört in der Höhle von Valle oder Valle oder wie auch immer, ist egal. Und genau da werden wir nun auch weitermachen. Sorry, den muss ich mal kurz abschlachten. Kinder unter 8 Jahren schauen jetzt bitte weg. Jo, so, da können wir rüberhüpfen, wenn ich das richtig sehe. Wunderbar. So, das heißt, wir müssen hier wieder hinunter. Scheiße, das war jetzt doof, ne? War das jetzt nicht doof? Das war doch jetzt ganz sicher ziemlich... Nein, das war richtig. Oh, cool. Hey, wir sind doch nicht so doof. Das heißt, ich... So, oh, da ist er. Oh, mein Herz. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Und wir haben ein Paraguwel gefunden. Das ist wunderbar. Aber was ist das? Warum haut er jetzt ab? Das ist immer ein doof, der. Der hat ja nicht abzuhauen. Na super. Können wir ja das Item... Nein, wer hat... Wer hat es bekommen? Jetzt habe ich nicht... Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wer hat es jetzt bekommen? Das Parallel-Juwel. Sie aktiviert erstarrt. Das Le... Le... So, mein Lieber. Oh, ich muss mich schon richtig hinstellen. Wir haben eine neue... Psy-Energy gelernt. Und das bedeutet für dich... Du musst dich uns anschließen. Hehehehe. Milan. Jo. Super Sache. So, ich schätze mal, hier haben wir nichts mehr zu suchen. Können wir Rückzug, den geordneten Rückzug antreten. Ja, war mal wieder schön, Ausflug in die Heimat gemacht zu haben. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ich möchte nochmal... Ah. Wer hat es gelernt? Ivan. 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 Der Schreck. Nein, das war gerade gar nicht Ivan. Egal. So, ich wollte... Ach, scheiße. Was mache ich denn jetzt schon wieder? So, wir gehen nochmal zurück. In Gerrits Haus. Das heißt nicht in Gerrits Haus, in Ivans. Wollte ich nochmal... Ach, scheiße. Jetzt sind wir falsch. Ah, da hätten wir nochmal eine. Nein, das war Gerrits Haus. Da, wo die Löcher sind. Stimmt ja. Da war die Party. Auf dem Dach. Nein, stimmt gar nicht. Oh. Echt ein Ortsgedächtnis wie ein Tran-Esen. Definitiv nicht. Das ist jetzt schade, wenn ich das jetzt nicht tue. Das ist etwas schade. Das wäre sicher sehr witzig. Wo war das jetzt, Mann? Ich wollte euch doch das zeigen. Nein, das war hier. Ganz sicher. Das war hier. Ich erinnere mich. Das war hier. So, da. Oh, geil. Geh nicht. Wer zur Hölle ist geil? Dora träumt. Ach, das war alles. Wunderbar. Das hätten wir jetzt nicht machen müssen, aber ist egal. So, dann werden wir den geordneten Rückzug antreten. Das heißt, die Stadt wieder verlassen. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Also, wir haben immerhin einen Chin geholt. Eine neue Psy-Energy gelernt. Ja, das ist doch schon mal was. Wie sieht es denn aus? Ja, wunderbar. Super gut. So, dann wollen wir doch nochmal den geordneten Rückzug antreten. Und zwar nochmal hierhin zurück. Nein, falsch. Doch, ja, falsch. So, und jetzt werden wir mal dahin gehen, wo Garrett... sich nach seiner... Ach, scheiße, wo war's? Hier war's. Oder? Ja, ich schätze schon. Ähm. Ich glaube. Ich glaube schon. Ich muss jetzt etwas ein bisschen suchen. Ich habe ja einen schlechten Orientierungssinn, wie ihr ja alle bist. Nein. Nein, das stimmt so überhaupt nicht. Scheiße. Und ich wollte mal ein sehr professionelles Video drehen. Echt jetzt. Ich hatte so Lust, mich mal professionell zu verhalten. Ja, echt jetzt. Okay, Leute. Nochmal kurz... Hab ich doch gerade den Fehler gemacht. Wenn die blöden Gegner nicht wären, dann wäre es ja gar nicht so nervig. Würde nicht so viel Zeit rauben. Aber mit Gegner ist es Katastrophe. Also, Wald, wir müssen wieder zurück nach Karlai. Und wo war Karlai? Wo war Karlai? Hühnerkacke. Ich weiß es nicht mehr. Mach ich da nicht eben schon? Es ist wirklich zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. So, hallo liebe Freunde. Ich glaube, ich habe jetzt eine Ahnung, wo dieses scheiß Kaff liegt. Und wir hatten schon den richtigen Riech und glaube ich, ich habe jetzt nicht groß gesucht. Ich habe kurz im Internet rumgeschaut und ja, ja, hier müsste das Kaff sein. Sorry nochmal. Ihr müsst euch ja ein bisschen gequält von mir vorkommen. Ja, hier sind wir in unserem Kaff-Karlai. Ja, also es stimmt. Und hier ist der ominöse Hafen. Und da werden wir uns kurz umsehen. Ähm, ja. Sollte mich besser vorbereiten. Sobald wir das Meer von Karagol überquert haben, sind wir ein tolles Bi. Oh, ich bin so aufgeregt. Eigenartig. Ist denn das Asad-Schiff noch nicht hier? Asad-Schiff und warum reden die? Ja, es sind wir. Mal sehen, ihr seid jetzt sofort, ihr macht das Sex. Boah, ist ganz schön teuer. So. Wunderbar. Ja, möchte ich, aber nicht jetzt. Ja, jetzt haben wir ja Bus-Tickets. Äh, Bus-Tickets? Was habe ich gesagt? Ja. Ja. Wunderbar. Oh. Ich sehe was. Oh. Ich werde ganz schwach. Aber da kommen wir noch nicht hin. Wir werden im nächsten Teil, also ich werde jetzt noch kurz ein bisschen leveln und im nächsten Teil werden wir aufs Schiff gehen und dann kommt eine recht happige Stelle. Das heißt, wo ich das das erste Mal gespielt habe, bin ich da ewig nicht weitergekommen. Aber lasst euch überraschen, das wird nochmal spannend, aber nein, wir gehen noch nicht an Bord, also ich werde leveln und jetzt kommt ein spannender Teil, schätze ich mal. Also für mich war das spannend und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ähm, das nächste Mal sehen wir über den Ozean, die Weiten des Ozeans. Bye, bye. Ciao, ciao. Adiamos.